Joan Elizabeth Stanley? Was wollen Sie? Ihnen werden 27 Verstöße gegen den Official Secrets Act vorgeworfen. Kommen Sie mit. Ich habe nichts Verbrochenes. Sie sagen, du gehörtest damals in Cambridge einem Spionagering an. Meine kleine, hübsche Genossin. Ich brauche eine Assistentin. Sie wurden mir sehr empfohlen. Hervorragende Zeugnisse. Mein Fachgebiet ist theoretischer Physik. Was, wenn ein Atom sich spaltet? Ummengen an Energie würden freigesetzt. Wir könnten den Krieg beenden. Die erste Atombombe wurde auf Hiroshima abgeworfen. Was habe ich damit zu tun? Alles. Wenn die ganze Welt zerstört würde, was würdest du retten? Jetzt hängt es an dir, Joan. Denk mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Du weißt gar nicht, wie wichtig du bist. Ich wärmer mir im Sommer an. Wie wichtig ist ja wöner für den Schiff nicht, was du in ihr schiefst. Und ich bin mir bereit. Außerdem gibt es einen nagelden.